Hallo liebe Heavy Trader, Mitglieder, Plus-Mitglieder und alle, die es noch werden wollen. Nächste Woche gibt es einiges an Daten und das möchte ich euch berichten. Konjunkturdaten sage ich gleich von weg, nichts Wesentliches. Natürlich eine Vielzahl an Verbrauchervertrauen, Einkaufsmanager, Indies und so weiter. Ist aber nichts da, wo man jetzt sagen würde, es wird den Markt extrem natürlich bewegen, nachdem wir jetzt die Majors in dieser Woche hatten. Aber ganz kurz, wir haben Montag, ganz wichtig, Sie Ryanair und Biontech und NXP Semiconductor. Also schon mal, da sollten wir uns drauf einstellen. Alles über den Tag hinweg, kann sich also einiges tun. Dienstag haben wir Daimler Truck und Fraport. Nachbörsig gibt es dann noch einige Daten von Uber, Datadoc, die sind sogar mittags, Rivian und Upstart. Ihr wisst, diese Aktien habe ich schon öfters mal gehandelt, deshalb sehr interessant. Nachbörsig, jetzt kommt eigentlich das Eigentliche, haben wir noch Unternehmen wie GoPro und iRobot und vor allem Ebay. Das dürfte viele von euch interessieren. Snap-on ebenso. Mittwoch, Donnerstag, die Hauptkampftage im DAX. Da haben wir zum Beispiel die Adidas, Airbus, Bayer, Commerzbank, Deutsche Post, E.ON. Das sind alles DAX-Werte. Die Siemens haben wir auch dabei. Und zwar Siemens Health. Und hier ist Sixt, hat Samir. Deshalb müsst ihr euch dieses Mittwoch unbedingt anschauen. Donnerstag wird dann noch viel spannender. Die Walt Disney gibt es übrigens Mittwoch nachbörsig. Da haben wir dann die Deutsche Telekom. Wir haben Hensoldt, Henkel, Merck. Wir haben Rheinmetall, SMA Solar, Verbio, Brenntag. Ich kann es nicht alle aufzählen. Es sind X-Werte, die am Donnerstag berichten. Nachbörsig allerdings, und das ist ganz interessant, haben wir noch die Plug Power. Viele von euch interessieren sich für diesen Wert. Und wer so im Cannabis-Bereich unterwegs ist, Canopy und Aurora, die haben natürlich auch noch ihre Zahlen. Und das könnt ihr auch interessant sagen. Freitag sind noch Allianz und Bechtle dabei. Auch Werte, die interessant sind. Und vor allem Jungheinrich. Kennt zwar nicht jeder. Aber es gibt immer große Kursbewegungen. Kann man in Kion sehen. Also, Woche ist voll gepackt. Ihr müsst auf jeden Fall dabei sein. Und ihr werdet es. Ich bin mir sicher. Vielen Dank. Vielen Dank.